Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf der 3-Sternhof. Ja, ich habe schon mal Fahrzeuge gekauft und jetzt sind wir hier und ich habe die 7, den Hof, die 13 und die Wiese 6 gekauft und ja jetzt warten wir mal und stellen die Zeit hoch, würde ich sagen. Wachstum schnell habe ich eingestellt, glaube ich zumindest. 120, Wachstum schnell, Unkraut aus, was? Den hier auch, können ein Betrags am Start. Beihand natürlich ab und zu. Fahren wir doch mit dem Drescher hier und mal zum Feld Nummer 7. Lassen wir den mal hier so stehen. Mit dem fahren wir auch zum Feld, zum Abdanken dann und ja. Ich hoffe es gefoltert, das Projekt. Wenn ja, dann lasst mich das wissen mit einem Like. Und ja, das würde mich sehr freuen. So, den stellen wir mal unter das Dach, damit der schöne Univoke nicht dreckig wird. Boah, dieser Sound. Den bekommt ihr übrigens auf der FBM Seite. Okay. Ah, lass mir das mal schneller laufen. So, jetzt können wir das abernten. Dann muss ich kurz mit dem hier wegfahren. So, dann können wir schon mal. Auf Felderwelt stellen, Kursgenerierung, Welt 7. Die Vorgewende machen wir jetzt bei Stück. Generieren. Umstellen, damit man die Linien siegt. Dann aufklappen. Anschalten. Zum Startpunkt fahren. Abfahrer einstellen, Kursbeihang. Das ist Feld 7. F7. Frischen. So. Was steht jetzt am Programm? Kaufen wir uns mal ein Mähwerk, würde ich sagen. So, Mähwerk wollte ich schauen gerade, habe nur gerade überlegt was. Erfahren wir mit. Hm. Hm. Das will ich jetzt mal testen. Ah. Schön mit dem. Mal gucken, ob der schöne Unimug das schafft. Oh gut, damit der dafür keine Kohle hat. Achtung. Boah. Bitte. Was ist denn das? Eine Hupe? Oh. Oh. Ah, aber vorne. So. Die Hupe finde ich so leist. Boah. Baut das, Marquets. 사. Ich muss den umkonfigurieren, wartet kurz. Ich muss 1500, aber das macht ja nichts, Hauptsache wir können arbeiten, den Rundum leuchten an, so, dann hinten ran und ab geht die Luzi. Welche Wiese haben wir, gleich die 6er hier, ja, habe ich zwar noch nie so eine Kombination gesehen, aber naja, immer irgendwann mal das erste Mal. Oh, da schwankt aber du. Was, das ist die Wiese, wahrscheinlich, oder ist das die Wiese? Ah, wo ist hier die Einfahrt? Das finden wir gleich raus. Aha, ich bin gleich wieder da, Wiese. Was, das ist die Wiese. Ah, wo ist die Wiese, die sind wiese. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice Okay Er ist glaube ich zu schwach Hmm Got it Hmm Lassen wir den mal hier so stehen Wie sieht es hier aus Hoch, der ist schon voll Den müssen wir abdanken Abdanken Warte kurz, ich muss kurz waschen WBs hat der 103 111 PS Ja, den müssen wir updaten und dann können wir Den schön mal Fassen wir Komm mein Freund Geht Komm So, der ist auch gleich hier Leer So, dann Würde ich sagen Das war's mal schon wieder für die Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da Schreibt mir in den Kommentaren Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Haut rein und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Vielen Dank.